Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015. Jawohl, wir sind dabei und bringen unser letztes Fuder zum Getreidespeichern. Der Weizen, der vorne drauf ist, werden wir natürlich ein bisschen weniger Geld machen. So wie vorhin, wie gestern in der Folge auch schon, wo ich hier hingefahren bin. Einfach Rucki die Zucker, gerade die Kohle verkaufen. Einfach hier, zack, weg mit dem Dreck. Ja, den Scheiß brauchen wir hier nicht im Lager. Wir brauchen Geld. So. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld über. Sehr schön. Die können wir jetzt wegbringen. Dann können wir... Das mache ich jetzt gerade mal. P. Wir kaufen jetzt erstmal Rübenernte. Das Ding haben wir ja gekauft. Wir kaufen jetzt den. Alles klar. Beim Händler abholen. Und dann werde ich mir das mit diesem Trecker hier angucken. Der hat ja auch eine Zapfwelle vorne. Ob man den Rübenernte und den Krautentferner zusammen mit hantieren kann. Dann müssen wir uns noch einen Gruber besorgen. Und demnächst, da wir, oder die Sämaschine für die Rüben, brauchten wir rüber. Tjo. Tja, ey. Ich muss uns dann wieder einkaufen. Später. Erstmal müssen wir zusehen. Das war... Den Kram wird es erstmal hier wieder zum Laufen bekommen. Alles. Ich schätze, dass der Rüben... Rübenseemaschine noch etwas brauchen wird, bis sie das alles fertig hat. Upsa, das war der falsche Hänger. So. Jetzt könnte mal wieder regnen. Wir müssen unseren Trecker sauber kriegen. Mein Gott, liegt hier eine dicke, fette Sandschicht drauf. Ich sehe hier heute auch Warnchen. Guckt euch die alte Dreckschleuder an hier von innen. Dem ruhig nur ein bisschen Regen. Aber finde ich eigentlich schon sehr cool. Also wenn man mal überlegt, wie sauber der Trecker in den vorderen Folgen war, wo wir... wo es mal geregnet hatte. Ist das schon sehr cool. Wären eigentlich die Reifen sauber, wenn man länger nur auf der Straße fährt? Ich weiß es gar nicht. So, das hier ist dieser... Ah, da war ich zu dicht dran. Okay. 136 PS. Upsa. 143 haben wir. Das könnte sogar funktionieren, dass man das mit dem Kleinen hier macht. Alter Schwede. Wie funktioniert das Ding denn? Erntemaschine senken, Erntemaschine anschalten, Geräte wechseln. Muss man das Ding nicht ausklappen oder so? Anschalten. Das ist alles? Okay. Aber wie funktioniert das dann zum Entleeren? Dieses Teil hier fährt doch hoch, oder nicht? Ah, Rohr ausfahren. Tor. Jungs. Cool, oder? Alles klar. Und das vorne mit dem... Blatthäcksler anschalten. Aha, aha, aha. Alles klar. Coole Geräte. Guck mal da unten. Da sind gleich solche... Solche Dinger dran. Wie beim... Okay, okay, okay. Schon cool. Das sind jetzt aber auch schon Geräte, die wir jetzt schon haben. 25 kmh, Maximum. Ey Gott, mach Gas, du. Ne. Da ist hier, also 25 fahren wir mit Sicherheit nicht mit dem Ding, du. Bergauf. Mit Rückenwind. Ah ja, ich hab'n Brand wie ne Bergziege. So. So, Baby, komm. Hacking Gas jetzt, ja. Wir müssen das jetzt mal fertig kriegen, hier. ZZ, los. Unten rechts ist das Gaspedal, Eggert. Junge, 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 Junge. Okay, wo bringen wir den Rübenerter denn hin? Auch nach oben, würde ich sagen, oder? Hier unten ist ja schon ziemlich alles voll. Da sollen ja eigentlich die langen Geräte hin. Ja, ich würd' sagen. Ich bin jetzt echt im Überlegen, dass wir wirklich nur dieses eine Feld machen, weil das ist schon ziemlich groß, ey. Also ich geh' davon aus, wenn man das wirklich komplett bestückt hat, dann geht das schon richtig ab. Da holen wir einiges runter vom Feld. Okay. Ja, ausgemacht, Telefon. Keine Zeit hier. Ja. Die nerven alle immer. So. Müssen wir jetzt erst mal... Das sieht ja blöd aus, ne? So. Der muss davor. Und zwar hier hin. Ach du Scheiß. Komm, wie dreckig das Ding schon ist, du. So geht das ja aber nicht, ey. Alter Schwede. Der zieht da ja einen dran lang, ne? Aber ich find' das blöd mit diesen Stellen dazwischen. Also da muss man, wie gesagt, ich wollte ja unbedingt nicht mit diesem anderen Dinge da noch drum kümmern, aber der lässt da schon ziemlich viel Platz, ne? Müssen wir mal gucken, ob ich da nachher noch quer einen vorherziehe. Beim Pflügen hat man das ja für gemacht. Man hat erst so geflüchtet und dann, nee, beim Grubbern. Dann ist man vorne nochmal, hat man nochmal vorhergegrubbert. Um einen sauberen Abschluss zu bekommen. Ja, aber der ist gleich schon fertig. Das ging eigentlich ziemlich schnell, oder? Also ich finde, so lange hat das jetzt nicht gedauert. Hier ist es zum Beispiel kleiner, ne? Die Abstände. Hm. Lag das da dran, weil wir ihn zu weit hinten über die Kante fahren lassen haben. Absolut keine Ahnung. Der Vorteil ist, dass wir jetzt diese Sämaschine haben, können wir beim nächsten Mal, wenn wir ein bisschen Kohle haben, auch einfach das Ding hier kaufen. Wie heißt das hier für die Erntschneidemaschine? Da können wir nämlich dann einfach das Ding hier kaufen. Ja? Das sind nur 28.000, Leute. Das ist ja nichts. Und da können wir nämlich schon ein Körnermais ernten. Also wir werden jetzt, ich glaube, jetzt fängt das so langsam an, dass wir wirklich vorankommen, weil ich glaube auch, wenn wir diese ganze Rüben hier eingefahren haben von diesem Feld, guckt euch dieses Riesending mal an. Das ist, wenn es nicht sogar genauso groß ist, wie das Größte, was wir haben, können dann schon sehr interessant werden. Klar, ob Rüben jetzt so viel Kohle einbringen, das weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken hier. Körnermais, Zuckerrüben da. Wo darf man denn nur Zuckerrüben verkaufen? 365 nur. 474 in der Reederei. Ist nicht tolle, ne? Ah gut, ich weiß natürlich auch nicht, wie viel man runter bekommt. Ich habe noch nie mit Zuckerrüben gearbeitet in dem Spiel. Daher muss man mal ein bisschen warten. Ich brauche den kleinen Trecker. So. Ha. Wie ihr gesagt habt, ähm, halt. Die brauche ich. Und den Klotz brauche ich. Ich möchte nämlich gerne die Wolle wegfahren. Das habt ihr ja auch geschrieben, dass ich das wegfahren muss. Zu dieser Tante Emma hat Let's Go geschrieben. Ähm, ja, das hätte ja sein können, dass das hier auf der Map, ähm, also automatisch geht. Da war ich mir halt absolut nicht sicher. Und aus dem Grund fahren wir es dann halt selbst weg. Okay. Gibt es dafür eigentlich keinen Hänger? Ich glaube so nicht. So, jetzt muss ich ja mal gucken, wo ich das hinbringen muss. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Rederei, Zirkus, Metzgerei, Molkerei, Güterbahnhof, BAG, Gartencenter, Windmüde, da ist Eier verkauft, aber wo ist Schaf verkauft? Wolle verkauft. Ich habe keine Ahnung. Fick ich nicht. Holzverkauf, Rederei, Zirkus, Metzgerei, Molkerei, da ist ein weißes Teil, aber nicht gemarkt. Da kommt das mit Sicherheit hin. Bei Feld 8. Ich klippe auf den Monitor und jetzt geht das doch gar nicht. Oh scheiße, jetzt habe ich Kacke gebaut. Ach, wir fahren hier einen Trecker und keinen Zustand. So. Halt, wir fahren falsch. Was cool wäre, wenn es dafür einen Hänger geben würde, dass man zum Beispiel die da alle drauf stellt, dann gehen solche Planken hoch oder so, wo die fest wären. Das wäre ja auch schon cool, oder? Okay, 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 okay. 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 Wir bringen jetzt das weg. Jawollah, 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 wir bringen das jetzt weg. Wehe, da kommt einer. Wehe, du nervst. Nein, 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 ich glaube, aber guck mal, das, aber hier ist doch nichts. hat er das Symbol falsch gesetzt, dass das hier irgendwo ist? Nee. Das ist irgendwo hier in der Stadt. Let's go. Let's go. Hat er mir das so geschrieben? Es ist irgendwo in der Stadt sein. Es muss irgendwo hier sein. Entschuldigung, lieber Trecker. Autofahrer. Autofahrer. Das kann ja nur hier sein. Deswegen. Das hier war eine Aufgabe immer. Wo geht's denn hier hin? Alter, ich hab sowas von keinen Plan. Was steht denn hier im gebüschten Auto? Ihr alten Schweine. Ich hab absolut keinen Plan. Jetzt fahren wir hier mit der Wolle rum und finden keine Abstellmöglichkeiten. Ich bin gerade völlig überfragt. Wirklich. Aber hier nicht. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Was ist denn da hinten? Da muss ja eine gelbe Fläche sein. Sonst wäre das Bullshit. Ich hab sowas schon keine Ahnung. Du wiederholst dich, glaube ich. Ich weiß, aber ich hab trotzdem keine Ahnung. Da oben auch nicht. Cool, da stehen ja Boote. Ähm. Jetzt wird das ganz schön dunkel für 9 Uhr morgens hier. Das muss aber hier in diesem Dorf sein, weil eine andere Möglichkeit gibt es doch gar nicht. Das ist irgendwo hier. Weck mich am Arsch, ey. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ihr habt doch auch geschrieben, das soll hier sein. Ich bin doch nicht... Ich bin doch nicht blöd. Ich hab keine Ahnung. Ich bring's jetzt wieder weg. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab jetzt auch keinen Bock hier weiter zu suchen. Ich verplemper hier meinen ganzen Tag hier. Wegbringen. Arschlecken. Keine Ahnung. Hier steht's ja auch nirgendwo beschrieben oder ich hab wirklich voll einen auf dem Auge gehabt, aber ich hab's nicht gefunden. Kein Plan. Ich stapelig halt den ganzen Kram. Mir egal. Da, 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 da. Mir ist das Schnuppe. Mal, erstmal ein Stück getrunken. Na. Meine weht euch dir wenig. Ich warte immer noch auf meine Tastatur. und dann langsam wird es nervig so dann stapeln wir halt den ganzen kram und das spiel das so will ich weiß nicht wo ich damit hin soll also kommt der kram einfach hier hin die ist nämlich fertig zu klappen wegbringen da ist das was dunkel hier voll dunkel mama wir müssen mit licht fahren so ich sage jetzt mal wieder vielen dank dass ihr eingestellt habt bei landwirtschaft simulator ja sorry wenn ich die ganze zeit suche aber ich habe absolut keinen plan wo ich das finden soll wir hören uns auf jeden fall morgen wieder bis dahin tschüss